Das ganz, ganz Besonderes einfallen lassen, gibt es sonst irgendeine Fledermaus, kennen Sie, zweiter Akt, eine unbekannte, maskierte, geheimnisvolle Schönheit auch. Und die haben wir heute auch hier. Hier hat sie keine Maske, sondern eine Selfie-Handykamera und steht hier mit dem Rumpenkleid. Ich bitte einen kräftigen Applaus. Ich möchte wieder Ihren Namen nennen. Bitte. Das ist Frau Ina Dankiewicz. Und das ganz Besondere ist, sie hat die Zugabe komponiert, die wir jetzt hören. Also wenn Sie haben, eine Komponistin, das gibt sonst irgendein spanisches Lied mit dem Titel La Paloma. Und der doppel Applaus geht jetzt an die Komponisten und an die Ausführer. Applaus 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 Musik 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 Vielen Dank. Applaus 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 Applaus